Verlängerungen für Gabelzinken sind wichtige Helfer im betrieblichen Alltag, um Lasten, die über die normalen Gabelzinken hinausragen, sicher anheben zu können. Die Gabelverlängerungen bzw. Gabelschuhe können mit jedem Gabelstapler verwendet werden, wobei immer auf das zulässige Verhältnis von Originalgabel und Gabelverlängerung zu achten ist. Wir bieten Gabelverlängerungen von 2 Meter bis 2,40 Meter an. Die Leichtgutschaufel ist ideal für den Umschlag von Materialien mit einer Dichte kleiner oder gleich 1000 Kilogramm pro Kubikmeter, wie zum Beispiel Hackschnitzel, Getreide, Silage und so weiter. Durch die spezielle Form wird das Befüllen und Entladen der Schaufel vereinfacht. Alltägliche Arbeiten wie zum Beispiel die Fütterung oder das Umlagern werden so erleichtert. Die Schwergutschaufel ist ideal für den Umschlag von Materialien mit einer Dichte größer oder gleich 2100 Kilogramm pro Kubikmeter, wie zum Beispiel Kies, Erde, Sand, Mist und so weiter. Die Schaufel eignet sich hervorragend für den Einsatz im Baugewerbe und in der Landwirtschaft. Der Lasthaken ist ein sehr kompaktes Anbauteil, welches weder die Leistung noch die Stabilität des Teleskopstaplers beeinträchtigt. Er wird direkt mittels eines Selbstverriegelungshakens am Teleskopstapler angebracht. In Kombination mit Schlupfen oder einem Kettengehänge eignet er sich perfekt für den Transport von Bauelementen oder anderer Lasten, die auf Baustellen oder in landwirtschaftlichen Betrieben vorhanden sind. Die Seilwinde verwandelt den Teleskopstapler in einen Kran und kann direkt aus der Kabine oder aber auch per Fernbedienung gesteuert werden. Sie ermöglicht das einfache Anheben und Transportieren von Bauelementen und anderen Lasten auf Baustellen in landwirtschaftlichen Betrieben oder in der Industrie. Der Kranausleger in Verbindung mit Schlupfen oder einem Kettengehänge ist eine ideale Lösung für den Umgang mit schwebenden Lasten auf Baustellen und in der Industrie, indem er die Vorwärtsreichweite des Teleskoparms verlängert. Mit Hilfe der Arbeitsbühnen können Tätigkeiten in großer Höhe erledigt werden. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz bei Dach- und Fassadenarbeiten als auch in der Landschaftspflege. Hier halten wir Arbeitsbühnen für einen Arbeitseinsatz mit ein bis drei Personen vor.